malzeit liebe mystery freunde derzeit ist ja in der community der ufo interessierten und ufo forscher die nasa mal wieder etwas ins gespräch gekommen und zwar hat der neue chef der neue administrator der us-weltraumbehörde der bill nelson gesagt ja auch die nasa bzw die wissenschaftler der nasa sollen in zukunft intensiver das ufo phänomen erforschen er habe er war früher senator von florida und eben im kongress der usa und da habe er schon von diesen phänomen der uaps wie es ja so schön heißt der ungeklärten luft phänomene gehört er habe auch mit den entsprechenden piloten der us navy gesprochen die diese aufnahmen gemacht haben die kämpfen natürlich alle die da so aus den usa sind letzten drei vier jahren so rüber geschwappt sind und deshalb wolle man eben auch als welteren behörde nun dieses phänomen genauer erkunden genauer erforschen vor allem weil man eben wissen möchte was das jetzt eigentlich ist was dahinter steckt feindliche technologien außerirdische oder vielleicht einfach optische täuschungen so sagte er es in einem interview mit cnn ich bin durch das mal ein und er sagte dass aufgrund der berichte der piloten optische täuschungen ausgeschlossen sind also bleibt quasi nur über assist tatsächlich irgendwas außerirdisches oder irgendetwas von einer feindlichen macht kann man nicht sagen aber von einem fremden staat das ist natürlich jetzt in der community der interessierte der an diesem phänomen interessierte wieder heiß im gespräch wenn sich schon die nasa da jetzt einschaltet allerdings er sagte die wissenschaftler sollen mal gucken mit dem verfügung zur verfügung stehenden material was sich da so herausfinden lässt er hat nicht irgendwie selber jetzt eine forschungsgruppe gegründet oder so etwas er möchte aber so die ergebnisse die dann herauskommen eben auch den pentagon zur verfügung stellen immer mit blick auf den bericht der ende des monats erscheinen sollen in sachen was wissen die geheimdienste nachrichtendienste etc zu diesem phänomen aber da ist dann etwas im hintergrund geraten denn ufos wird ja immer mit außerirdischen und leben im all in verbindung gebracht denn heute erschien eine studie und zwar eine studie die sich auch mit leben im all beschäftigt aber nicht irgendwo entfernen galaxien fernen sonnensystem sondern hier bei uns vor der haustür ihr wisst natürlich alle deshalb seid ihr wahrscheinlich auch abonnenten meines channels sonst könnt ihr mich auch gerne abonnieren wenn das noch nicht seid aber ihr wisst natürlich alle es gibt ja so einige kandidaten hier bei uns im sonnensystem wo es tatsächlich leben geben könnte früher vielleicht vorher millionen oder jahrmilliarden wenn ich so an den mars denke aber eventuell gibt es dort heute noch leben keine zivilisation so wie wir das hier auf unserem planeten haben natürlich sondern mikroorganismen bakterien irgendwie primitives leben das sich auf verschiedenen himmelskörpern in unserem sonnensystem nischen gesucht hat wo es überleben kann eben auf dem mars oder zum beispiel auf dem berühmten mond europa völlig vereister mond aber da gibt es dann auch ein paar andere kandidaten und es gibt auch einen saturn mond wo viel spekuliert wird seit sagen über 15 jahren dass es da vielleicht unter der vereisten oberfläche leben geben könnte und zwar ist es der mond in celadus den kennt ihr wahrscheinlich alle aus entsprechenden dokumentationen ist es ein relativ kleiner mond verglichen mit unserem mond er hat 500 kilometer durchmesser ist vollkommen vereist aber in den jahren 2004 bis 2007 wurde zum saturn die raumsonde cassini hingeschickt eine überaus erfolgreiche raumission von der die wissenschaftler die astronomen natürlich die nasa etc sehr viele erkenntnis über den saturn seine wunderschönen ringe und auch einige monde gewonnen hat und einer dieser monde war eben dieser in celadus und da stellt man stellt sehr schnell fest schon auf fotos 2005 da gibt es vor allen dingen so in der südburg-region oder südhalbkugel ein seltsames phänomen und zwar gibt es dort ja ja fontänen geysire so kann man es sagen und zwar aus wasserdampf eispartikeln und methan wie man später noch festgestellt hat und die schießen dort aus der eisoberfläche des mondes in das weltall hinein tausende von kilometern hoch und das interessiert dann natürlich dann die astronomen die forscher und dann haben sie die raumsonde cassini mehrfach durch diese fontänen durchgeschickt um messungen zu machen was kommt denn eigentlich für spritzende aus dem mond heraus was ist das eigentlich das sollte man analysiert werden was da alles so drin ist in diesen fontänen und so kann man sehr schnell zu dem ergebnis es muss unter dem dicken eispanzer dieses kleinen mondes einen ozean geben aus flüssigem wasser und auf dem boden dieses mondes hydrothermale quellen heiße naja geysire kann man nicht sagen aber so was nennt man auf unserer erde da gibt es so etwas auch tief im ozean auf den grund der ozeane black smoker zum beispiel das sind geologische und chemische prozesse dort kommen schmikalien heraus und so etwas unter gibt es bei uns auf unserem planeten enorme eine enorme vielfalt von leben und das könnte eben auf diesen mond auch so sein und zwar ist es doch eben eine lebensfreundliche zone da herrscht quasi ewige dunkelheit enormer druck kein sauerstoff oder fast kein sauerstoff und bei uns auf unserem planeten über 100 grad hitze herrscht dort aber da freuen sich auch größere organisme nicht nur bakterien erfreuen sich dort ihres lebens und das könnte auf diesem mond aus so sein nur war man sich nicht sicher ja gut diesen ozean mag es geben aber gibt es da tatsächlich leben das wissen wir nicht und jetzt kam eine neue studie heraus und zwar wurden diese daten die cassini in der gewonnen hat noch einmal ganz genau analysiert und statistisch ausgewertet wie es so schön heißt denn diese fontänen enthalten auch molekularen wasserstoff und in methan methan ist ebenso ein marker für leben für leben auf unserer erde oder womöglich dann eben auf diesen mond das können dort also mikroorganismen existieren die dieses methan produzieren und absondern und das wurde ja eben von cassini gemessen also in dieser studie wurde das dann alles noch mal genau durchgerechnet und noch mal analysiert die erschienen dann in nager astronomie und ist zu dem ergebnis gekommen die allerwahrscheinlichste erklärung dafür dass da dieses methan und andere stoffe andere chemische zusammensetzung in diesen fontänen von encelatus gefunden wurden ist dass es dort leben gibt und zwar eben auf dem grund des flüssigen ozeans die beobachtete menge an methan lässt sich nicht allein durch nicht biologische veränderungen des felsigen untergrunds erklären so heißt es da wortwörtlich in dieser studie und das könnte seit milliarden von jahren dort unten so sein und das wäre dann eben genug zeit dass dort leben entstehen könnte wäre dort kein leben dass dieses methan und diesen molekularen wasserstoff produziert dann würde es dort irgendwelche prozesse geben die heute bis heute niemand kennt und die müsste man erst mal entdecken für das wissenschaftler team ist das eigentlich eine ganz erstaunliche feststellung ein ganz erstaunliches ergebnis denn sie sind fest davon überzeugt es gibt einfach nur zwei möglichkeiten eben ein unbekannter vollkommen unbekannter prozess der dafür verantwortlich ist oder mikro mikroorganismen bakterielles leben auf diesem fernen kleinen saturm und das ist wirklich spannend es gibt ja schon naja mindestens seit 15 jahren auch überlegungen wie man das wirklich auch beweisen kann weil das sind ja nur indizien hinweise sehr deutliche indizien dass es da leben gibt da gibt es überlegungen man steht eine raumsonne dahin die sich langsam durch den eispanzer durch schmelzt oder durch bohrt dann in den ozean quasi als u-boot herumfährt und so ein u-boot herauslässt probe nimmt und vielleicht sogar zur erde bringt solche überlegungen gibt es auch für den mond europa der auch vereist ist und einen ozean enthält wo es eben auch leben geben könnte das ist natürlich noch zukunftsmusik aber interessant ist eben diese hinweise für leben primitives leben in unserem sonnensystem werden immer mehr und diese entdeckung geht soweit ich das sehe dies ist heute veröffentlicht worden in dem magazin irgendwie zur zeit in der diskussion um außerirdische und deshalb wollte ich euch darüber mal informieren in einem kurzen knappen video könnt ihr gerne mal ein feedback geben und wie vorhin sagte vergesst kein abo dann seid ihr immer auf dem neuesten stand ich sag mal tschüss ihr lieben denkt den daumen denkt dann einen daumen nach oben euer las auf den spuren von leben im all also müssen wir ja immer auf dem orientieren die schmerzen die schmerzen die schmerzen die mich war noch ein Entonces den daumen nach oben das ist der schmerzen die schmerzen die schmerzen so ein bisschen was ich bin weil diese sein und abbeugnen wird degeneramb worked